Hallöchen, also ich muss ja sagen, ich habe, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Mona. Ja, und ich bin Kobe, was genau? Okay, also zusammen kenne ich euch ja immer nur auf einem Foto. Ja, genau. Deswegen seid ihr mir auch sehr sympathisch. Dankeschön. Ich habe ein bisschen bei Instagram geguckt. Man sollte den anderen auch mal beibringen, dass seine zweite Hälfte nämlich das Wichtigste im Leben ist. Das finde ich sehr schön, dass ihr das macht. Absolut. Wie habt ihr euch denn auf heute vorbereitet? Sehr sporadisch, würde ich sagen. Ja, ganz viel Spaß, gute Laune. Gute Laune mitgebracht und einfach das Event genießen. Wir sorgen dafür, dass ihr heute noch ein bisschen die Sonne scheint. Ja, wir haben auch einen Anti-Regentanz gemacht zu Hause. Ja, ich auch, das ist ja klar. Gehen wir nachher noch zusammen auf eine Achterbahn? Ja, können wir machen. Auf jeden Fall. Gerne. Also ich habe jetzt natürlich euch beide Dreck genommen in einem Mal, aber das macht ja nichts. Ihr macht zwei komplett unterschiedliche Sachen im Internet, aber zu Hause oder so. Oder helft ihr euch eigentlich gegenseitig? Ja, immer eigentlich. Wir sind ja eh immer zu zweit unterwegs. Bei allem was geht's. Weil allein ist langweilig. Genau. Gut. Dann sage ich jetzt mal zusammen, krallt euch die Meute und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und wir sehen uns auf der Achterbahn. Dankeschön. Obwohl zu dritt fahren ist total blöd. Wir brauchen noch einen vierten. Oder wir quetschen. Gut. Kommt in die Mitte. Ja, gut. Finde ich super. Dankeschön. Ja, danke.